Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Quest-Arc-Intro von Dungeons & Dragons Online mit mir in der Restro. Heute das Intro zu The Sands oder Demon's Sands. Das Ganze kostet 950 Store Points und beinhaltet zig Millionen Quests gefühlt, eine riesen Outsider Area, einen Raid, der ab und zu auch mal gelaufen wird, der richtig coole Items hat. Insofern, wir sehen uns bei der ersten Quest.